Ich glaube vielen von uns ist gar nicht bewusst, wie viel CO2 durch unseren täglichen Internetkonsum produziert wird. 80 Prozent des Datenverkehrs im Internet werden durch Videos produziert und wir sprechen hier von Portalen wie Netflix, YouTube, wie sie jeder von uns kennt und nutzt. Alleine Netflix hat 7,2 Millionen Nutzer hier in Deutschland, die täglich streamen. Das SHIFT Program hat das mal ausgerechnet und sie sind darauf gekommen, dass wenn man einen 10 Stunden Videomarathon am Wochenende, wie ihn vielleicht der ein oder andere von uns kennt, macht, genauso viel CO2 produziert wird, als wenn man das komplette englische Wikipedia aufruft. Das sind natürlich enorme Summen, von denen wir hier reden. Aber auch schon kleine Schritte führen dazu, dass sich das aufsummiert. Jede Google-Anfrage führt zu 0,2 Gramm CO2 und alleine die eine Milliarde E-Mails, die täglich in Deutschland versendet werden, führen auch zu genug CO2-Ausstößen an sich. Natürlich muss man das Ganze auch in Relationen zueinander sehen. Mit jeder E-Mail, die versendet wird, wird natürlich kein Papier mehr gebraucht und der Brief muss auch nicht mehr versandt werden. CO2 beim digitalen Konsum entsteht vor allem durch drei Hauptquellen. Wir sprechen hier einmal von den Datenzentren, den Telekommunikationsnetzwerken und den Endgeräten. Die Datenzentren sind der Ort, an dem unsere ganzen Daten gespeichert sind. Dadurch, dass sich natürlich die Anzahl der Daten in den letzten Jahren extrem erhöht hat, sind auch viel mehr Rechenzentren dazugekommen. Datenzentren selber sind in ihrem Betrieb sehr energieaufwendig. Das heißt, sie verbrauchen viel Energie beispielsweise durch ihre Kühlungssysteme und dadurch, dass sie 24-7 verfügbar sein müssen, damit wir unsere Daten 24-7 zur Verfügung haben. Dann haben wir noch die Telekommunikationsnetzwerke. Die Telekommunikationsnetzwerke sind dafür zuständig, dass die Daten auch bei uns ankommen. Wir sprechen hier von gängigen Begriffen wie Glasfasernetz oder 4G, mittlerweile sogar 5G, die jeder von uns, glaube ich, gehört hat. Dann haben wir noch die Endgeräte. Und die Endgeräte sind der Punkt, an dem wir auch am besten ansetzen können und mit dem wir am meisten zu tun haben. Jeder von uns hatte vielleicht vor ein paar Jahren nur den Stand-PC im Arbeitszimmer stehen. Mittlerweile haben wir alle ein Handy dabei oder noch das iPad und sogar unser Fernseher ist ans Internet angeschlossen und verbraucht damit CO2. Das Schöne ist, dass man persönlich sehr viel tun kann, um seinen eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Wir sprechen hier einmal aus der Produzentensicht und der Konsumentensicht, die jeder von uns jederzeit einnehmen kann. Wenn ich ein Foto bei Instagram hochlade, bin ich in der Produzentensicht. Das heißt, ich stelle Inhalte bereit, die von anderen wahrgenommen werden können. Hierbei sollte ich aber immer abwägen, welchen Mehrwert diese Inhalte eigentlich bieten können und welchen Mehrwert andere Menschen davon haben und ob dieser Mehrwert rechtfertigt, dass die CO2-Emissionen produziert werden. Als Webseitenbetreiber hat man noch mal eine ganz andere Verantwortung, denn ich sollte mir darüber bewusst sein, mit welchen Energien die Datenzentren, die meine Webseite hosten, betrieben werden. Hier sprechen wir von erneuerbaren Energien oder nicht, die natürlich einen erheblichen Einfluss auf die CO2-Emissionen haben. Die Konsumentensicht ist ein bisschen einfacher und vielleicht auch ein bisschen nahbarer für jeden von uns. Wir sprechen hier von den Newslettern, die man jede Woche bekommt und direkt in den Papiermüll macht. Eigentlich könnte man sie auch abbestellen. Wir sprechen hier aber auch von beispielsweise den Daten, die nicht 24-7 zur Verfügung stehen müssen. Beispielsweise alte Bilder, die auch auf neuer Festplatte bleiben könnten. Ein weiterer erheblicher Faktor, den wir beeinflussen können, sind die Endgeräte, mit denen wir konsumieren. Das heißt, konsumiere ich mit meinem Telefon, was einen Akku hat, konsumiere ich mit meinem Smart-TV, der vielleicht mit dem Internet verbunden ist, aber über Standby läuft. Oder im schlimmsten Fall konsumiere ich vielleicht beides gleichzeitig. Während man auf das Handy schaut, läuft im Hintergrund noch die Netflix-Sendung. Es sind viele kleine Schritte, die man tun kann, damit man seinen persönlichen CO2-Fußabdruck reduzieren kann. Und das ist das Schöne.